Jesus trat zum ersten Mal öffentlich auf, als er ungefähr 30 Jahre alt war. Die Leute kannten ihn als den Sohn von Josef. Josefs Vater war Eli und dessen Vorfahren waren Matat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matitya, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Matitya, Shimi, Josef, Yoda, Johanan, Riza, Zerubbabel, Shealtiel, Neri, Melchi, Adi, Kosam, Elmadam, Er, Joshua, Eliezer, Jorim, Matat, Levi, Simeon, Judah, Josef, Jonam, Eljakim, Melea, Mena, Matata, Nathan, David, Isai, Obed, Boas, Salmon, Nachschon, Aminadab, Admin, Arni, Hetzron, Peretz, Judah, Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nahor, Siruk, Rigu, Pelek, Iber, Shilach, Kinan, Arpachshad, Sem, Noah, Lamich, Metushelach, Henoch, Jered, Mahalalel, Kinan, Enosch, Zed, Adam. Und dieser stammte von Gott.